Sie sind die Hauptbösewichte der gesamten Star Wars Saga. Darth Vader wurde im ersten Star Wars Film als der dunkle Lord der Sith vorgestellt und später wurde Imperator Palpatine als sein Meister enthüllt. Natürlich wurden dann unzählige Geschichten über die Sith sowie ihre Herkunft im sogenannten erweiterten Universum geschrieben. Doch dann drehte George Lucas die Prequel Trilogie und die Dinge wurden sehr viel komplizierter. Lucas' Vision der Sith unterschied sich stark von allem, was im erweiterten Universum bisher zu sehen war und folglich mussten sich Autoren und Redakteure sehr bemühen, um die Kontinuitätsprobleme zu lösen. Als Disney 2012 Lucas' Film übernahm, entschied man sich schnell, dass die einfachste Lösung darin bestand, das gesamte erweiterte Universum einfach zu ignorieren und neu zu beginnen. Seitdem wurden nach und nach Elemente aus den jetzt als Legends bekannten Geschichten wieder in den Kanon aufgenommen, mit kleinen Verweisen auf Konzepte wie die 100-jährige Finsternis. Aber es war weiterhin unklar, wo genau die Sith herkamen. Um einige Dinge ihrer Herkunft klarzustellen, hat Lucas' Film das Buch mit dem einfallsreichen Titel Das Star Wars Buch veröffentlicht. Ein Abschnitt mit dem Titel Unbegrenzte Macht enthält eine bemerkenswerte kurze Geschichte der Sith, die alles bestätigt, was wir zu wissen glaubten, hat gleichzeitig aber auch einige Dinge im Vergleich zu Legends deutlich vereinfacht. Die Sith waren ein Orden, der von einer Splittergruppe von Jedi gegründet wurde, die die rohe Macht entdeckten, die durch die Hingabe zur dunklen Seite erreicht werden konnte. Aufgrund ihres Ursprungs als Ableger der Jedi, innelten sie oberflächlich betrachtet sehr den Jedi-Rittern. Ihre Roben und Kapuzen zeigten starke Jedi-Einflüsse und ihre bevorzugte Waffe war ebenfalls das Lichtschwert. Sie gossen ihren Hass und ihre Wut in die Küberkristalle, die den Kern ihrer Waffe bildeten. Hierdurch entstand dann die rote Klinge, eine Farbe, die bei den Jedi nicht vorkam. Trotz ihrer großen Anzahl gelang es den Sith nicht, eine so gut strukturierte Ordnung wie die Jedi aufrechtzuerhalten. Ihre treibende Philosophie war der Aufstieg um jeden Preis. Jede starre Struktur brach unweigerlich zusammen, sobald ehrgeizige Sith-Lords um die Kontrolle wetteiferten. Putsche und Intrigen waren in ihren Reihen an der Tagesordnung. Dies war auch der Untergang für ihren ursprünglichen Versuch, die Galaxis Jahrtausende vor der modernen Ära zu beherrschen. Obwohl es ihnen fast gelang, die Republik zu erobern, beschleunigten interne Streitigkeiten nur ihren Untergang und sie wurden schlussendlich vom Jedi-Orden besiegt. Das alles gibt den Sith endlich eine Geschichte. Jetzt wurde ein Buch mit dem Titel Secrets of the Sith veröffentlicht, in dem es weitere Details zu ihrer Herkunft gibt. Das Buch wurde aus der Sicht von Palpatine selbst, kurz vor dem Höhepunkt von Episode 9 der Aufstieg Skywalkers geschrieben und enthält gesammeltes Wissen des Mannes, der sich selbst für den größten Sith-Lord aller Zeiten hielt. In einem Abschnitt bestätigt der Imperator frühere Berichte über ihren Ursprung in einer kurzen Erklärung, die die umfassende Geschichte der Galaxis zusammenfasst. Die Legende besagt, dass der Jedi-Orden vor Jahrtausenden eine tiefe Spaltung erlitt. Aus der Asche erhob sich eine feindliche Sekte, die sich dem Ruhm der dunklen Seite verschrieben hatte. Sie teilten nicht die kurzsichtige Sichtweise der Jedi auf die Macht. Sie nahmen die dunkle Seite als Mittel zum persönlichen Vorteil und zum endgültigen Sieg an. Und für eine gewisse Zeit lang wurde dieser große Sieg auch errungen. Ihr Orden wuchs und verbreitete seine Macht über die gesamte Galaxis. Doch die Jedi wurden neidisch. Sie wollten nicht dulden, dass ihre Autorität in Frage gestellt wurde. Nach tausenden von Jahren des Krieges wurden die Sith an den Rand der Ausrottung gedrängt. Diejenigen, die in der Dunkelheit überlebten, legten den Grundstein für die Rückkehr des Ordens und Palpatines Aufstieg zur Macht. Diese Darstellungen der Ursprünge der Sith sind deutlich einfacher als die des alten erweiterten Universums. In den Büchern und Comics, die vor Episode 1 die dunkle Bedrohung veröffentlicht wurden, sprach man stets von der Existenz einer Sith Spezies und nicht von einer religiösen Sekte. Secrets of the Sith fügt die letzten Details zu einer Geschichte der Galaxis hinzu, die seit Episode 8 die letzten Jedi immer mehr Gestalt annimmt. Die ersten Machtanwender scheinen nicht der hellen Seite gedient zu haben, denn ein Wandgemälde des obersten Jedi, dem Gründer des Ordens, stellt ihn als Diener des Gleichgewichts dar, das Licht in der Dunkelheit und die Dunkelheit im Licht. Doch einige Mitglieder spalteten sie schließlich ab, wobei sich einige für die helle und andere für die dunkle Seite entschieden. Diejenigen auf der dunklen Seite nannten sich von nun an Sith. Sie wurden zu einer rivalisierenden Sekte und errichteten schließlich ein Imperium, das fast die gesamte Galaxis beherrschte. Glücklicherweise war die Dunkelheit nicht stärker als das Licht und die Jedi schlugen zurück, vertrieben die Sith erfolgreich und sorgten dafür, dass sie fast ausgerottet wurden. Zu diesem Zeitpunkt erfand Darth Bane den dunklen Orden neu, indem er die Regel der zwei einführte. Dieser Regel nach sollte es immer nur zwei Sith Lords gleichzeitig geben. Einen, der nach Macht strebt und einen, der sie ausübt. Ein Jahrtausend lang operierten sie auf diese Weise im Verborgenen und untergruben systematisch die Jedi, bis Palpatines Zeit gekommen war. Und damit wären wir auch wieder am Ende angekommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir eure Meinung dazu gerne unten in die Kommentare. Solltet ihr meinen Kanal noch nicht kostenlos abonniert haben, so holt das jetzt sehr gerne nach. Vergesst hierbei aber nicht die Glocke zu aktivieren, denn nur damit stellt ihr sicher, dass ihr auch bei wirklich jedem neuen Video von mir in Zukunft benachrichtigt werdet. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein.